Hallo und herzlich willkommen zu deinem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Tages-, Wochen- und Monatshoroskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zu Beginn des neuen Jahres ist es an der Zeit, einen Blick auf deine finanzielle Situation zu werfen und zu sehen, wo du stehst. Bist du auf dem richtigen Weg, um deine finanziellen Ziele für das kommende Jahr zu erreichen? Wenn nicht, ist es jetzt an der Zeit, einen Plan zu erstellen, um wieder auf Kurs zu kommen. Überlege, welche Änderungen du an deinem Budget oder deinen Ausgabengewohnheiten vornehmen kannst, um deine Ziele zu erreichen. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um über deine langfristigen Finanzpläne nachzudenken. Hast du einen Plan für deine Altersvorsorge aufgestellt? Sparst du genug für die Ausbildung deiner Kinder? Das sind wichtige Fragen, die du dir zu Beginn des neuen Jahres stellen solltest. Die gute Nachricht ist, dass die Sterne zu deinen Gunsten stehen und sich dir heute vielleicht unerwartete finanzielle Möglichkeiten bieten. Halte Ausschau nach plötzlichen Geldgeschenken oder unerwarteten Einkommensquellen. Es ist auch ein guter Zeitpunkt, um eine neue Investition oder ein neues Geschäft zu wagen. Bevor du jedoch eine finanzielle Entscheidung triffst, solltest du dich gründlich informieren. Vergewissere dich, dass du die Risiken und potenziellen Gewinne genau kennst, bevor du dich auf etwas festlegst. Deine Glückszahlen für heute sind 7, 14, 21, 28 und 35. Halte ein Auge auf diese Zahlen und schaue, ob sie dir zusätzliches Glück oder Glücksgefühle bringen. Im Bereich der Liebe und Beziehungen ist die Energie des Tages positiv und optimistisch. Wenn du Single bist, fühlst du dich vielleicht selbstbewusster und bereit, dich zu outen. Es ist eine gute Zeit, um die Liebe zu wagen und etwas Neues auszuprobieren. Vielleicht wolltest du dich schon lange bei einer Dating-Up anmelden oder dich mit einem besonderen Menschen verabreden. Jetzt ist es an der Zeit, es zu versuchen. Du weißt nie, was für tolle Kontakte und Möglichkeiten sich dir bieten könnten. Wenn du bereits in einer Beziehung bist, fühlst du dich vielleicht mehr mit deinem Partner verbunden und bist bereit, eure Beziehung auf die nächste Stufe zu heben. Vielleicht habt ihr schon darüber nachgedacht, zusammenzuziehen oder sogar zu heiraten. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um diese Gespräche zu führen und zu sehen, wohin sie führen. Achte darauf, offen und ehrlich mit deinen Liebsten zu kommunizieren. So kannst du Vertrauen aufbauen und deine Beziehungen stärken. Wenn es um deine Gesundheit und dein Wohlbefinden geht, kann es sein, dass du wegen des Vollmungs am Himmel etwas empfindlicher und emotionaler bist als sonst. Es ist wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst und dafür sorgst, dass du genug Ruhe und Entspannung bekommst. Nimm dir Zeit für Selbstfürsorgeaktivitäten wie Meditation, Yoga oder ein warmes Bad, um dich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Außerdem solltest du auf deine körperliche Gesundheit achten und sicherstellen, dass du dich ausreichend bewegst und gesund ernährst. Wenn du dich um dein körperliches und seelisches Wohlbefinden kümmerst, fühlst du dich am besten und bist in Bestform. Denk daran, auf deinen Körper zu hören und Pausen zu machen, wenn du sie brauchst. Deine Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Im Bereich Arbeit und Karriere ist die Energie des Tages positiv und anregend. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Job bist, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dich zu bewerben und dich auf Angebote zu bewerben, die dich interessieren. Du wirst vielleicht überrascht sein, welche Türen sich für dich öffnen. Wenn du bereits berufstätig bist, stellst du vielleicht fest, dass dein aktueller Job erfüllender ist und dir mehr Spaß macht als in der Vergangenheit. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um neue Herausforderungen und Aufgaben zu übernehmen und das Beste aus dieser positiven Energie zu machen. Scheue dich nicht, deine Meinung zu sagen und deine Ideen mitzuteilen. Deine Kollegen und Vorgesetzten werden offener sein für das, was du zu sagen hast. Achte darauf, klar und effektiv mit deinen Kollegen und Vorgesetzten zu kommunizieren. So baust du starke berufliche Beziehungen auf und hast gute Voraussetzungen für deinen Erfolg. Denke daran, dich zu konzentrieren und deine langfristigen Ziele im Auge zu behalten. Mit harter Arbeit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen, was du dir vornimmst. Wenn es um dein Familien- und Privatleben geht, ist die Energie des Tages positiv und unterstützend. Wenn du dich von deinen Lieben getrennt gefühlt hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dich wieder mit ihnen zu verbinden. Verbringe viel Zeit mit deiner Familie und bemühe dich, ihre Sichtweise zu verstehen. Wenn du dich gestresst oder überfordert fühlst, nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu Hause zu entspannen und neue Energie zu tanken. Umgib dich mit Menschen und Dingen, die dir Freude und Trost spenden. Wenn du dich um dein Zuhause und deine Familie kümmerst, wirst du dich geerdeter und ruhiger fühlen. Denke daran, Dankbarkeit und Wertschätzung für deine Liebsten und die Dinge, die du in deinem Leben hast, auszudrücken. Insgesamt ist die Energie des Tages positiv und voller Potenzial. Mach das Beste daraus, indem du offen für neue Möglichkeiten bleibst und deine Ziele proaktiv verfolgst. Denke daran, für dich und deine Lieben zu sorgen und deinen Werten und Überzeugungen treu zu bleiben. Mit harter Arbeit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen, was du dir vornimmst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne ein Kommentar. Schaue morgen wieder vorbei, um dein neues Horoskop zu sehen. Bis bald!